Herzlich Willkommen zu Chiropakt aus. Wieder dabei ist André und Satzuch. Hallo. Hauptsache fällt es mir ins Wort. Du kannst nicht unbedingt die Ammoderation stören. Ja, das ist die Leidenschaft von der Ammoderation zu stören. Werden wir doch irgendwann Chiropakt einsehen? Ja klar, pass auf. Krass, krass. Oh geil, von dem von machen wir nicht mehr. Okay. Los Kiro, go go go, weiter geht's. Ja, wir packen hier die Gewände im Garten. Okay, wir haben noch 18 Stück. Was heißt, auch 9? Nimm einfach mal 9 von links. Oha. Ich glaube zu viele sind noch. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut und noch. Wir müssten da jetzt immer noch 0 sein. 1, 2, 3. Ich kann irgendwie nicht 10 lospacken. Irgendwann hab ich 10 ausgepackt. Egal. Äh, echt? Neun? Ich bin jetzt blöd, ne? Mehr sind off. Egal. Ja, wenn du da in der anderen Hand neun hast, dann muss das Simsalon mit dazu. Zu den anderen. Eben. Du hattest neun in der Hand und eins lag rum. Sechs, sieben, acht, tolle. Komisch. Ist egal jetzt. Ist egal. Ist jetzt egal. Mach das jetzt. Das Lug ja, ich glaube, was ganz vorne ist als Lugstack. Es ist... Jetzt, Kiro, leg los. Wisse, die letzten Parts gingen alle über 15 Minuten für so ein paar läppisches Muster. Jetzt, jetzt, klar, ich kann hier. Die Leute wollen auch was wählen, wenn die von Kiro sind. Ja, aber ganz so lange darfst du so nicht hinziehen. Unser halt vor. Es ist ja überaus unterhaltend, was wir reden. Ne. Sind wir doch mal ehrlich? Ne. Chilabay. Agama. Milf. Midos. Messer. What? Tora. Ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Film nicht anfreunden. Oh ne, das ist hässlich. Happy Fall. Mono Chito. Moni Moga. Seizou Kids. Und... Was ist die Entwicklung von dem Film, wo ich mich nicht anfreunden kann? Tanatora. Was ist das für ein Name? Tanatora. Das ist hässlich. Ich hab den Herr der Name und das Video. Oh nein, das ist Mausi. Ein Mausi. Oh mein Gott. Ein Mausi. Voll der Spoiler. Ich bin nicht mehr ganz bei der Sache. Sag mal nicht. Ich bin nicht mehr ganz bei der Sache. Sag mal nicht. Oh, Rotom. Nice. Oh, warte. Rotom Dex kommt fein. Weil das Rotom kann dann mit einem reden, wenn es ein Dex ist. Das einzige Positive an einem Rotom. Wollte ich schon immer mal haben, dass ein Pokedex und ein Rotom mit mir spricht. Klasse. Ja. Ja. Das wird wie der Poké kommen. Rot und Silber. Zäh. Ausgrabungsset. Ich glaub ja noch nicht mal, dass man das ins Kampf benutzen kann, ne? Wesbienbeet. Die ist gut. Approtrot. Ne, so geht's. Paunzi. Pionzi. 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 Diktor und. Ein Genes-Ext! Genes-Ext! Ach, da hab ich auch. So auch. Mit der rapiden Druckwelle. Weißt du? Wir freuen uns, dass Kiro die gezogen hat. Du, oh. Das ist doch so. Ich hab 5 E-Experten. Oh, ist schon wieder gewesen. Oh, hallo. Wir wollen was sehen, komm. Äh, nein. Warte. Warte, ich hab gewechselt, ja. Ahem, elf Hugen. Gehen weg. Mok-Mok. Rockfahrer. Silvercates. Fonsei. Biolo. Pomelo. Kabuto. Solit 1. Die Kilometer. Hä, ich muss was schneller machen, weil andere hetzen nicht hier, weil sie weg müssen. Hetzen nicht. Aber wir haben uns in den ersten 2 Paus total verquatscht. Quatsch. Oh, komm mal. Ich hab die Elfun. Zegarde. Oberdame. Sehr viel von. Dictor. Jura. Femmes. Warcara. Reverse Lovitor. Und? Niemals Hulu. Jetzt hast du auch dein Hulu Mew. Yay. Yay. Ich glaub, er schreibt sich auch voll. Ich find das Hulu auch nicht so gut, das Mew. Ich hab schon schlechtere Hulos gewähnt. Sind davon. Bei mir erkennt man das wenigstens. Dass die so streifend sind. Bei anderen hast du wirklich nur so ein Fleck, wo du das. Aber gut, jetzt, wir wollen ja weiter machen, ne? Mono. Citro. Wens. Rockhaber. Seh's okay. Picochiller. Flormel. Ich hab vergessen zu ändern. Egal. Da machst du jetzt. Genau. Machst du jetzt. Oh doch, Geistesboden. Zufallsempferro. Ammonizas Häckseldinges passiert. Flormel. Und Amoroso. Wo bleiben deine Brains? Das ist echt schlug. Das ist, weil du Kiro so gehetzt hast. Da hättest du es total vergessen. Du hättest uns gesorgt. Na klar. Komm Kiro, ich will Fullout zieht direkt hin gesehen. Ich hab's an Rollars. Ich werd keine Fullout mehr ziehen. Verborgener Löffel. Ich brauch nur noch meine Nataray-Ex-Karte. Die du mit mir tauschen wirst, ne? Jucka. Die Energietasche. Lauter. Wenn dir die normale Nataray-Ex-Reicht. Ja. Hiroo. Mono-Titon. Rotor-Mater-Verse. Und? Oh, verfällst. Na ja. Hättest du besser auswählen können. Gut. Noch zwei. Jetzt hat man grad die Wut gesehen. Mit Hass geöffnet. Mit Hass geöffnet. Bleiben eigentlich meine Breakkarten hier? Das ist okay noch. Ja, ne. Das ist doch keine einzige. Noch nicht eine. Pukitor. Guckt ihr an im letzten Video. Ja. Ja, und dann gucken sie sich wenigstens an. Krakelo. Florabed. Seppit-Foi. Fins. Pomelo. Heolo. Babal. Und? Wieder keine Dings, ne? Fan Access als Frolo. Sehr schön. Sehr cool. War doch das so geil. Das sieht so gut aus. Los, Glückspack. 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 Crack? Crack, Luge? Ja? Warte. Ich bin wenigstens froh, dass ich fünf EX-Karten gezogen hab, ne? Da noch zwei, musst du sehen. Ja, da kommen noch welche. Ach. Nur weil ihr Glück hattet. Äh. Miii. Tudos. Miii. Tudos. Genau. Verbrannte Erde. Pomadama. Morimoba. Pikkuchina. Flommel. Fins. Hallo. Wuhu. Frack. Nein. Oh mein Gott. Was kann, was kann sie? Äh. Hexenflackern. Einmal während des Spielzugs, Wodemang, kannst du dein Deck nach einer Vollenergiekarte durchsuchen und sie einen deiner Pokémon anlegen. Und dann wünsche dein. Oh, ist das geil. Ja, Alter. Das Artwork ist auch mega geil. Ja. Sieht richtig cool aus. Und 80 Kp, okay. Ist ja schön. Hoffe ich zieh die online, ey. Das wär cool. Uh. Und als letzte. Amorose. Immerhin Break. Freak. Wenn auch. Felixes Break, ne? Ja, ne? Hey. Ich liebe Felixes. 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 Verdammt. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss.